Los! Willkommen zurück bei Sin and Punishment. Wir sind erstmal schön scheiße und wir fehlen einem Megaschuss, aber... Wieso kann ich nicht mal auswählen, ich bin hier im Kopf geflogen. Alter... Gott sei Dank sind kaum noch Bälle und ich hab trotzdem getroffen. Was? Okay, das wird ein Sinn. Natürlich kommen jetzt auch noch Raketen dazu. Wie soll es auch anders sein? Okay. Die Raketen sind mir das Problem... Fuck, genau reingewichen. Reingewichen? Alter, diese Raketen gehen mir hart auf dem Kranz. Alter, diese Raketen gehen mir hart auf dem Kranz. Ich will keine 2 mal Kugeln auf dem Gegner bekommen. Doch! Okay. Easy. Prost. Alles unter Kontrolle. Läuft! Was auch weg, das ist einfach weg damit. Ich wusste, es konnte nichts gutes sein. Geht doch weg! Geht doch weg! Danke! Danke für den Speicherpunkt! Ultralaser... Auf das. Läuft! Wohl. Jetzt geht es doch noch. Wenn ich den Laser reinfliege, bin ich bestimmt nicht zum Tode, so langsam wie der ist. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Energie ich hatte, aber einfach viel, glaub ich. Ich hab irgendwas zerschossen. Ach so, ja. Geht das eigentlich gut weg hier, ne? Ich wurde auch nicht einmal getroffen, ich treffe aber jederzeit nicht. So, das Ding ist Half-Life, ne? Funktioniert gut. Und er ist gleich weg. So Gott sankt, ich auch, weil ich recht einen Laser rein geflogen wäre. Okay. 500 Schüsse noch, sah nichts. Aus. Na komm. Schau mal was wird. Nicht geliegend. Na, und du bist weg. Oh ne, du schon wieder. Du warst so hart scheiße. Wie viel Energie hast du? 3000. Alles klar. Nix kannst du. Nix. 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 D Uranus! Es geht weg! Ah, die ist gerade hart anstrengend Das war 1000B, dann ist alles gut Das war gut, aber das war nicht so gut Wenn ich mich jetzt nicht komplett dumm anstelle und jetzt unvorhergesehenes passiert, dann müsste ich gar nicht So viel zum Thema Du hast bitte sofort damit auch aufzuschießen Du kannst jetzt mal aufhören, Alter Da sind gar nicht viele Projektile gerade oder so Ich bin hier Ich bin hier hat zehn HP. Zehn. Zehn. Ich mach den Cap überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Der kann mich machen. Hier. Danke, ihr. Den Schlag, den ich in meinem Gesicht habe. Der hat mir hart verfallen. Sollte, ich muss ja anstreben, Alter. Das ist ja vorhin nicht eingesetzt, kann das sein. Jetzt hört er auf zu Cap. Oh, das ist ja nur unnötig schwer. Oh, ich hasse diese Steigen. Ich hasse alles an diesen Gegnern. Hör auf. Außer das jetzt schon wieder. Du bist ganz schön anstrengend, Alter. Sooo. Und Schaden. Oh, diese Dinger sind so scheiße. Wir müssen die gerade jetzt auftauchen. Just asking. Oh. Ups. Ach, leck mich doch am Sack, Alter. Meine Fresse. Geh mir nicht auf den Keks. Geh mir nicht auf den Keks. Sooo. Keine Chance Booster so haben. Mit 2000 macht. Meine Güte, ey. Sooo. Ich muss einfach alle ekelnd am Tag mit mir wegmachen. Die kann dich nicht abbrechen, das ist das Problem. Ich kann dich nicht abbrechen. Ich kann dich nicht abbrechen, weil ich ja auch nicht abbrechen bin. Sooo, die Stangen sind jetzt weg Alter, bist du ein Opfer? Sooo Okay, Hälfte ist weg Jetzt komme ich nicht hin Okay Diese Blitz sind einfach nur so schwul Die kann ich nicht richtig ausweichen Es geht einfach nicht Die Steine fokussieren mich, habe ich das Gefühl, ne? Jetzt halt die Fresse Gib mir die Energie Meine Güte Danke Zeig mal was du drauf hast Anscheinend nicht viel Kann das sein, dass ihr alle zur Zeit lang nur Weile habt Mit 20.000 Projektieren Wie ich kaum Alter, wie viel ist denn hier auf dem Feld? Das sind für zu viele Fäuste Was? 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 Kann ich nicht ausweichen? Oder ich war zu dumm? Oh, zwei zu vorn Okay Ich wisse was das war Was soll ich denn da machen? Das frage ich mich Jetzt hat er seinen Mund auf Natürlich Es geht auch kaputt Ich kriege das Ding auch kaputt So auf jeden Fall Macht Schaden, geil Und das ist leider nicht zu wenig Wieso mache ich den Kellnern keinen Schaden mehr auf einmal er beißt nicht und ich stehe vor ihm und versuche auszuweichen aber nein nein es geht ja nicht